Hallo Leute, hier ist Moritz von MTB News. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem Video wollen wir uns heute die besten neuen Bikes des Jahres 2022 anschauen. Von Cross Country über Down Country, Trail, Enduro bis hin zu Downhill sind jede Menge neue Bikes rausgekommen. Ein paar Highlights davon wollen wir uns jetzt hier zusammen im Video anschauen. Schnappt euch einen Kaffee oder ein Bier oder einen Glühwein, lehnt euch zurück. Vielleicht seid ihr ja auf der Suche nach einem neuen Rad oder wollt euch einfach nur so ein paar Highlights reinziehen. Viel Spaß mit dem Video. Bevor wir loslegen, drei Sachen vorneweg. Erstens schauen wir uns nur Räder an, die 2022 rausgekommen sind. So Modelle wie das Specialized Enduro oder Propane TIE, keine Frage. Richtig coole Dinger, aber sie nehmen schon ein bisschen älter. Wir wollen uns hier im Video wirklich nur Bikes anschauen, die im abgelaufenen Jahr auf den Markt gekommen sind. Zweitens gibt es natürlich ultra viele Räder und wir versuchen bei MTB News immer einen guten Überblick zu haben, die Räder zu testen, aber wir können nicht alles testen und wir können nicht jedes Rad berücksichtigen, schon gar nicht hier in einem Video. Das heißt, wenn irgendein Rad dabei ist, was jetzt nicht im Video erscheinen sollte, seid bitte nicht böse. Postet stattdessen unten in die Kommentare, was euch gefällt, was euch vielleicht fehlt und was euer Highlight ist. Und drittens gehen wir besonders auf Räder ein, die wir schon testen können oder gerade im Test haben. Das heißt, wo wir euch auch schon ein bisschen sagen können, wie sich die Räder fahren, weil wir wollen ja die besten neuen Bikes des Jahres 2022 vor euch raussuchen. Legen wir los. Im Cross-Country Bereich hat sich einiges getan und den Start macht das neue Orbea Eus. Auf den ersten Blick sieht das Eus aus wie das bisherige Eus, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist, aber unter der Haube hat sich einiges verändert. Es hat jetzt 120 Millimeter Federweg vorne und hinten und eine Geometrie, die deutlich abfahrtslastiger ist. Der Lenkwinkel liegt jetzt bei 67 Grad. Früher hätte man wahrscheinlich Down Country dazu gesagt. Es gab von Orbea auch immer eine Down Country Version vom Eus. Das ist jetzt alles Geschichte. Orbea sagt, hey, 67 Grad Lenkwinkel, 120 Millimeter Federweg, das ist Cross Country Race. Es ist trotz der aggressiven Geometrie und dem Plus an Federweg weiterhin ein richtig leichter Rahmen. Laut Orbea sind Gewichte von unter 10 Kilo im Komplettaufbau möglich. Wir testen das Eus gerade ausgiebig. Da könnt ihr euch in den nächsten Wochen auf einen ausführlichen Test von uns freuen. Ebenfalls verdammt leicht geht es beim neuen Scott Scale zur Sache. Scott spricht hier von einem Rahmengewicht von 847 Gramm für das Hardtail. Ist nicht ganz das leichteste Cross Country Hardtail, was es auf dem Markt gibt, aber ist trotzdem verdammt leicht. Und das Scott Scale ist ja so ein bisschen der Klassiker unter den Race Hardtails. Für 2023 hat jetzt Scott vor kurzem das Scale RC neu aufgelegt. Ist noch ein bisschen leichter, steifer. Es hat einen brutalen Vortrieb. Es hat jetzt eine Systemintegration, die bis auf die Spitze getrieben wird. Also von den Kabeln sieht man fast gar nichts mehr. Und auf dem Trail merkt man einfach sofort, dass das neue Scale wirklich für Vollblut Racer und Racerinnen gemacht ist. Also wer am liebsten wie Nino Schurter nur mit einem Hardtail über die Trails ballern will, der ist mit dem Scott Scale bestens bedient. Es ist ja so Hardtail typisch nicht das allerkomfortabelste Rad. Und bei der von uns getesteten Version, das war wirklich so das Top-Top-Top-Modell, was auch entsprechend kostet, waren unter anderem auch einteilige Syncross-Carbon-Laufräder verbaut. War jetzt für den Komfort nicht unbedingt förderlich. Dafür geht das Rad vorwärts wie sonst was. Das heißt, Fans von Cross Country Race Hardtails werden mit dem Scott Scale weiterhin bestens bedient. Das nächste Bike in der Cross Country Runde ist das neue Cervelo ZHT 5. Und das Highlight am ZHT 5 ist gar nicht mal so sehr das Fahrrad, sondern die Tatsache, dass Cervelo jetzt überhaupt Mountainbikes macht. Die Kanadier von Cervelo sind ja vor allem für sehr sehr schnelle Rennräder und Crossräder bekannt. Also unter anderem hat Cervelo 2022 die Tour de France gewonnen. Und jetzt wollen die Kanadier aber auch im Mountainbike Bereich richtig Gas geben. Das Debüt ist eben wie gesagt das ZHT 5. Das ist ein Cross Country Race Hardtail mit einem Rahmengewicht von 870 Gramm ist das Rad auch definitiv auf der leichten Seite. Die Geometrie fällt insgesamt so ein bisschen konservativer aus, aber muss ja nichts Schlechtes sein. Also das was im Cross Country Race Bereich bewährt ist, muss man ja auch nicht zwangsläufig verändern. Und man darf natürlich auch gespannt sein, ob es bei diesem Rad bleiben wird oder ob Cervelo vielleicht auch schon an einem Fulli arbeitet. Wir wissen noch nichts davon, aber sie haben jetzt auch ein Rennteam, was im Cross Country bei dem einen oder anderen Rennen sicherlich an den Start gehen wird. Und da darf man definitiv sich auf weitere Neuerungen von Cervelo freuen. Ebenfalls interessant nicht nur Cervelo, sondern auch Factor ist eine Marke, die aus dem Road Bereich bekannt ist. Und auch die haben 2022 erstmals ein Race Hardtail und auch ein Fulli im Cross Country Bereich auf den Markt gebracht. Das heißt, da lohnt sich auch ein Blick drauf. Das vierte Rad im Cross Country Bunde ist das neue BMC Fourstroke. Das wurde erstmals bei der Cross Country Weltmeisterschaft in Léger gesichtet. Damals noch so ein paar Spy Shots und die Veränderungen zum Vorgänger, zum bisherigen Fourstrokes sind ziemlich offensichtlich. BMC setzt jetzt auf ein komplett neues Rahmendesign mit Dual Link Layout und einem Dämpfer, der horizontal im Rahmen positioniert ist. Ein weiteres Highlight ist sicherlich die Sattelstütze mit Autodrop Funktion. Das heißt, die Sattelstütze fährt auf Knopfdruck wirklich komplett von alleine hoch und runter. Ihr müsst nicht mehr den Sattel belasten, um den Sattel abzusenken, was gerade so im Cross Country Race einsatz ein echter Vorteil sein kann. Die Geometrie ist auch eine Ecke moderner geworden. Es gibt eine Cross Country Race Version und es gibt eine Down Country Version. Die Race Version hat 100 Millimeter Federweg vorn und hinten. Die Down Country Version hat 120 Millimeter an Front und Heck. Wir haben das Rad gerade zum Test bekommen. Da dürft ihr euch darauf freuen. In den nächsten Wochen könnt ihr es bei uns nachlesen, wie das neue BMC Fourstroke sich auf dem Trail schlägt. Und natürlich wäre die Liste der besten neuen Cross Country Bikes aus dem Jahr 2022 nicht vollständig ohne ein Modell von Canyon. Schließlich fahren ja Leute wie Luca Schwarzbauer oder Luana Lecombe für Canyon. Auch so ein gewisser Mathieu Van der Poel ist wohl das ein oder andere XC-Rennen für Canyon gefahren. Und Canyon hat in diesem Jahr das Race Fully Lux komplett bearbeitet. Heißt jetzt Lux World Cup. Sieht immer noch aus wie das klassische Lux, aber in einigen Details hat es sich verbessert. Es ist eher eine Evolution als eine Revolution. Es ist aber eine ganze Ecke spurtreuer als der Vorgänger. Es ist neutraler im Antritt durch eine überarbeitete Kinematik. Und für Cross Country Fully ist es nach wie vor ein sehr sehr leichtes Bike. Und dazu kann sich eigentlich wie immer bei Canyon das Preis-Leistungs-Verhältnis mehr als sehen lassen. Wer auf der Suche nach einem leichten, sehr guten und auch bewährten Cross Country Race Fully ist das auf einige Erfolge im World Cup zurückblickt. Der ist mit dem neuen Canyon Lux World Cup wirklich bestens bedient. Weiter geht es jetzt mit der Down Country Kategorie. Und hier hat es im Jahr 2022 wirklich sehr viel getan. Früher war Down Country ja so ein bisschen ja so eigentlich Cross Country Räder mit etwas mehr Federweg. Vielleicht die etwas coolere Version. Aber mittlerweile im Jahr 2022 ist die Kategorie wirklich erwachsen geworden. Es gibt einige neue Modelle, die wirklich so voll und ganz auf diese Down Country Schiene setzen. Der beste Beweis dafür ist das neue Rocky Mountain Element. Es hat 120 Millimeter Federweg am Heck, 130 Millimeter Federweg vorne. Eine Geometrie, die wirklich sehr abfahrtslastig ist. Dazu aber ein leichtes Rahmengewicht, ein sehr antriebsneutraler Hinterbau, mit dem man wirklich sehr sehr effizient hochkommt. Und gerade so auf auf steilen, nicht allzu harten, nicht zurubrigen Trails macht das neue Element extrem viel Spaß. Im Test hat uns das Element wirklich ganz schön begeistert. War ein trauriger Tag, als wir das Rad zurückgeben mussten an Rocky Mountain. Man hat am Hinterbau so einen kleinen Flipchip, dass man den Hinterbau bzw. die Geometrie in vier Positionen verändern kann. Ride 4 nennt Rocky Mountain. Das Konzept gibt es bei den anderen Rädern von Rocky Mountain auch. Und beim Rahmenmaterial hat man die Wahl zwischen Aluminium und Carbon. Für uns war das Rocky Mountain Element im abgelaufenen Jahr ein richtiges Highlight im Down Country Bereich. Eine ähnliche Entwicklung wie das Rocky Mountain Element hat auch das neue Track Top Fuel durchgemacht. Früher war es das Cross-Country Racebike von Track. Mittlerweile ist es aus unserer Sicht ganz klar Down Country. Hat wie das Rocky Mountain 130 Millimeter Federweg vorne, 120 Millimeter am Heck. Track bezeichnet die Kategorie als Fast Trail. Ja, was auch immer das sein mag. Trifft aber eigentlich ganz gut, weil man kann mit dem neuen Top Fuel wirklich ganz schön fast auf Trails fahren. Also das ist die Bezeichnung eigentlich Programm. Das Rad ist nicht, was die Geometrie angeht, nicht ganz so progressiv wie das Rocky Mountain Element. Es hat einen etwas stärkeren Allround Charakter, macht aber wirklich jede Menge Spaß. Bergauf super effizient, bergab auf allen möglichen Trails kann man damit KOMs aufstellen. Gerade wer jetzt nicht so super anspruchsvolle Hometrails hat oder da einfach richtig viel Spaß haben will, ist mit dem Top Fuel wirklich bestens bedient. Auch hier hat man beim Rahmenmaterial die Wahl zwischen Aluminium und Carbon. Ein sehr cooles Detail ist außerdem der Kofferraum, der im Unterrohr versteckt ist bzw. sich dort öffnen und schließen lässt. Gibt es an der Carbon Version und an der Alu Version. In unserem Test konnte das neue Top Fuel ganz schön begeistern. Einziger Kritikpunkt ist der leider nicht ganz günstige Preis bzw. bei den günstigen Versionen das hohe Gewicht. Generell heißt es ja oft bei Rädern, dass sie aussehen wie ein Track, obwohl sie gar nicht von Track kommen. Das kann man jetzt beim neuen Arc 8 Evolve FS wirklich nicht sagen. Das Evolve FS ist ein ziemlich mutiges Cross Country, Down Country Bike von der kleinen Firma Arc 8 aus der Schweiz. Arc 8 will mit dem Rad das extrem leichte Gewicht von einem Racebike mit einer wirklich progressiven Geometrie und einem besonderen Hinterbau kombinieren. Und zwar verzichtet Arc 8 auf die Umlenkwippe, die den Dämpfer anlenkt und verbaut stattdessen eine Linearführung. Dadurch ist ein sehr, sehr leichtes Rahmengewicht möglich. Auch die Komplettbikes wiegen wirklich nicht viel. Und laut Arc 8 bieten sich auch einige kinematische Vorteile, indem sie eben auf die Umlenkwippe verzichten. Das Arc 8 Evolve FS gibt es entweder als Cross Country Version mit 100 mm Federweg und 110 vorne. Oder als Down Country Version mit 120 mm Federweg vorne und 110 mm am Heck. Es ist auf jeden Fall eher auf der sportlichen Seite. Wir haben es trotzdem in die Kategorie Down Country einsortiert, weil es einfach von der Geometrie sehr, sehr, sehr progressiv ist. Es hat einen super flachen Lenkwinkel. Es hat einen wirklich langen Reach in Kombination mit einem sehr kurzen Vorbau. Laut Arc 8 ist das die Zukunft auch im Cross Country Race Segment. Egal ob jetzt Cross Country oder Down Country, hat uns das Rad im Test ganz schön umgehauen. Es sind wirklich ungeahnte Geschwindigkeiten möglich. Durch den langen Reach muss man aber seine Fahrweise so ein bisschen anpassen und das hat uns so ein bisschen vor Herausforderungen gestellt. Trotzdem ist das Arc 8 Evolve FS eines der Highlights in diesem Segment. Hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht und ist eine coole Wahl für alle, die auf der Suche nach einem interessanten, innovativen, progressiven und leichten Rad sind. Das letzte Highlight im Down Country Segment ist das neue Last Celos. Vor ein paar Jahren hat ja Last schon für richtig viel Furore gesorgt, als sie damals das Tavo vorgestellt haben, das erste Carbon Rad in der Firmengeschichte. Dann gab es noch das Sinto, was im Prinzip derselbe Rahmen war wie das Tavo. Und jetzt gibt es das neue Last Celos bzw. das neue Last Asco. Celos und Asco sind auch wieder derselbe Rahmen, haben aber unterschiedliche Dämpfer und es ist ein noch leichteres Carbon Bike, wieder auf 100 Stück limitiert. Celos ist das Down Country Rad, Asco ist das kurzhubige Trail Bike. In jedem Fall kann man beide Räder nach eigenen Vorstellungen aufbauen, wenn man denn eins bekommt, weil wie gesagt stark limitiert und auch ganz schön teuer. Wir sind das Celos ausgiebig mit einem Cross Country Aufbau gefahren mit 120 mm Federweg vorne und hinten. Unter anderem sind wir damit bei den 24 Stunden von Finale Ligura an den Start gegangen. Das heißt, da wurde das Rad wirklich als ausgiebig getestet und da hat sich die Kombination aus 120 mm Federweg, abfahrtslastiger Geometrie, aber gerade mal 10,7 Kilogramm Gesamtgewicht wirklich sehr sehr positiv gemacht. Das heißt, uns hat die Last Interpretation eines Down Country Bikes sehr überzeugt und für Fans von exklusiven und edlen Bikes ist das Last Celos wirklich eine sehr sehr gute Wahl. Wie eben schon erwähnt, hat sich 2022 im Down Country Bereich ziemlich viel getan. Das neue Yeti 120 zum Beispiel ist mittlerweile schon das dritte Down Country Rad von Yeti und vom Vorgänger waren wir ganz schön begeistert. Das neue konnten wir leider einfach noch nicht fahren, aber es würde uns ganz schön überraschen, wenn das SB 120 schlecht wäre. Was im neuen Commissar Tempo steckt, hat unter anderem Hugo Frick Stallone mit einem ziemlich genialen Video bewiesen. Man kann sich darüber streiten, ob das jetzt noch Down Country ist oder schon Trail ist oder was auch immer, wenn man sich das Video anschaut. Also es ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Kiste und auf den ersten Blick ist das Commissar Tempo ziemlich gelungen. Wir sind hier sehr sehr gespannt auf einen Test. Last but not least wollen wir das Santa Cruz Toyboy erwähnen, was wir auch schon kurz fahren konnten. Santa Cruz sagt zwar, es ist kein Down Country Rad, es ist ein Trail Bike. Vom Federweg passt es aber eigentlich gut in die Down Country Kategorie. Also kann man sich wie immer wunderbar darüber streiten, zu was es denn jetzt gehört. Innerhalb des Santa Cruz Lineups fliegt es so ein bisschen unterm Radar, aber es möchte sozusagen der King of Home Trails sein und in unserem ersten Test konnte es das definitiv beweisen. Also es ist auf jeden Fall auch ein sehr sehr spaßiges Rad für alle Lebenslagen. Damit wären wir auch schon bei der Kategorie der Trail Bikes. Ihr wisst ja, die Allrounder, die bergauf, bergab auf dem Trail alles super können. Und hier jetzt alle Trail Bikes zu nennen, die 2022 rausgekommen sind, würde den Rahmen ganz schön sprengen. Deswegen haben wir uns drei Highlights rausgesucht. Und da fangen wir einfach mal chronologisch an. Das erste Highlight, was es in diesem Jahr gab, war das Canyon Spectral 125. Wir waren ziemlich überrascht und ziemlich begeistert, als Canyon hier bei uns aufgetaucht ist und vorher schon gesagt hat, hey, wir haben hier ein neues Rad dabei, das könnte ganz interessant sein. Da haben wir mit einigem gerechnet, aber nicht mit dem Spectral 125. Es kombiniert die sehr sehr Enduro-lastige Geometrie des regulären Spectrals mit 125 mm Federweg hinten, 140 mm Federweg vorne und einer sehr abfahrtslastigen Ausstattung. Also man setzt sich drauf und denkt eigentlich, man sitzt jetzt gerade auf einem Enduro-Bike, aber man tritt in die Pedale und fährt bergauf und denkt sich, boah, was geht denn hier ab? Die Karre ist ja super effizient. Es macht extrem viel Spaß, hat uns sehr begeistert. Es kommt in manchen Situationen wirklich an seine Grenzen, weil man Geschwindigkeiten aufnimmt, die eigentlich mit so wenig Federweg vielleicht keine als gute Idee sind. Aber es ist unserer Meinung nach eine sehr sehr gute Ergänzung zu einem langen, hubigen Enduro-Bike. Das heißt, wer auf der Suche nach einem Rad für seine Home-Trails ist und wie immer bei Canyon ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt, für den dürfte das Spectral 125 eine super spannende Wahl sein. 2021 war das Scott Spark so ziemlich das interessanteste Rad des Jahres, da sind sich wohl alle einig. 2022 hat Scott jetzt nachgelegt und das neue Genius auf den Markt gebracht und auf den ersten Blick denkt man beim Genius wieder so, hä, soll das jetzt ein Fully sein? Man sieht den Dämpfer nicht, der ist vollständig in den Rahmen integriert. Das Genius hat 150 Millimeter Federweg am Heck, 160 Millimeter Federweg vorne und es gibt auch noch eine ST-Variante, die wieso auch immer nicht für Short Travel oder was auch immer steht, sondern bei Scott steht es für Super Trail. Hat dann genauso viel Federweg, dieselbe Geometrie, aber eine modifizierte abfahrtslastigere Ausstattung. Egal in welcher Version hat uns das neue Scott Genius ganz schön begeistert. Wir konnten es vorab in den Alpen testen und es macht bergauf eine super Figur. In der Abfahrt ist es auch überragend. Es ist ein wirklich sehr, sehr gelungener Allrounder. Dazu auch noch eine Optik, die ganz schön begeistert. Weiterer Pluspunkt, Reinigen des Rades ist so leicht wie bei keinem anderen Fully, weil man keinen Bereich um den Dämpfer reinigen muss. Das ist sehr angenehm. Das heißt, wer hier auf der Suche nach einem Trail Allrounder ist, der sollte definitiv einen Blick auf das neue Scott Genius werfen. Das dritte große Trailbike Highlight für uns ist das neue Trek Fuel EX. Es hat 150 Millimeter Federweg vorne und 140 Millimeter am Heck, was für uns so ziemlich der Sweet Spot für einen Trail Allrounder ist. Und Trek sagt, selbst mit dem Fuel EX wollen sie nicht weniger als das ultimative Trailbike geschaffen haben. Unserer Meinung nach ist es sehr, sehr gut gelungen, denn es lässt wirklich eigentlich keine Wünsche offen. Allein bei der Geometrie hat man so viele Optionen. Wenn ich die jetzt alle aufzählen würde, würden wir wahrscheinlich morgen noch hier stehen. Es gibt acht verschiedene Rahmengrößen. Es gibt verschiedene Inserts für das Steuerrohr, wo man den Lenkwinkel beeinflussen kann. Es gibt einen kleinen Flipchip, mit dem man die Geometrie beeinflussen kann. Es gibt die Möglichkeit, ein kleines Hinterrad zu verbauen, dass man ein Mullet Setup hat. Und man hat außerdem noch die Möglichkeit, mit einem weiteren Flipchip die Progression des Hinterbaus anzupassen. Dazu gibt es auch noch Optionen mit 160 Millimeter Federweg an der Front. Also einfach super viel. Wer hier nicht das perfekt passende Trailbike findet, dem ist wahrscheinlich auch nicht mehr zu helfen. Es gibt es außerdem in Aluminium und in Carbon und uns hat die Carbon Variante auf dem Trail ganz schön begeistert. Es macht sehr, sehr viel sehr richtig. Dazu hat es coole Details, wie beispielsweise die angesprochene Progressionsverstellung oder auch einen großen Kofferraum im Unterrohr. Einziger Kritikpunkt ist auch hier wieder der hohe Preis. Aber ansonsten ist das neue Track Fuel AX für uns definitiv ein absolutes Highlight im Trail-Segment. Weitere spannende neue Bikes im Trailbereich gibt es natürlich einige. Hier ist beispielsweise das neue Uno Dash oder das neue Merida 140 zu nennen. Zum Merida kommen wir gleich noch zu sprechen mit der Enduro-Version und das Uno Dash von der kleinen Marke aus Spanien. Das begeistert mit einer super eigenständigen Optik. Wir konnten es leider noch nicht fahren, genauso wie das neue Antidote Wood Sprite. Beides sehr, sehr interessante, spannende europäische Carbon-Bikes für den Trailbereich. Würden wir uns auch freuen, wenn wir die Räder testen können und euch natürlich berichten können, wie die so in der Praxis sind. Kommen wir vom Trail-Segment hin zu Enduro. Für viele Fahrer ist das ja so ein bisschen die Königsdisziplin, zumindest was das Selbstfahren angeht. Und im Enduro-Bereich hat sich 2022 sehr, sehr viel getan. Da zeigen wir euch jetzt auch noch einige Highlights. Den Auftakt macht das neue Yeti SB160. Das wurde im November vorgestellt und es ist der Nachfolger des SB150, was so ziemlich das erfolgreichste Enduro-Racebike der vergangenen Jahre ist. Das neue SB160 hat, wie der Name schon sagt, 160 mm Federweg hinten. Und es setzt ja wie gewohnt auf den typischen Switch-Infinity-Hinterbau, wo der Hauptdrehpunkt auf so einer kleinen Linearführung oberhalb des Drehlagers sitzt. Auch sonst sieht es aus wie ein Yeti. Es hat die typische Yeti-Rahmenform. Man muss schon genau hinschauen, um die Unterschiede zum Vorgänger festzustellen. Es kommt natürlich im typischen Yeti-Türkis. Das muss bei einem Yeti einfach sein. Und es hat ein paar Details im Vergleich zum Vorgänger einfach deutlich verbessert. Beispielsweise ist so der größte Kritikpunkt, die Kabelverlegung, jetzt viel, viel besser gelöst. Kabel werden super sauber verlegt intern. Es klappert nichts. Das Rad ist komplett leise. Das war wirklich in unserem ersten Test ein absoluter Traum. Und auch sonst hat uns das neue Yeti SB160 total überzeugt. Wir sind zwar nicht gefahren wie Richie Root. Ich glaube, das kann niemand. Aber auch uns hat das Rad super viel Spaß gemacht. Und wer auf der Suche nach einem Enduro Racebike ist, der wird mit dem neuen Yeti SB160 wirklich super bedient. Wenn eine Firma 2022 richtig Gas gegeben hat, dann wahrscheinlich Santa Cruz. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es fünf neue Modelle, die Santa Cruz vorgestellt hat, beziehungsweise fünf Updates von bestehenden Modellen. Und den Auftakt der Santa Cruz Modelloffensive in 2022 hat das Negatower gemacht. Also das Enduro Racebike. Es hat jetzt 170 mm Federweg vorne, 165 mm am Heck. Es hat immer noch den Santa Cruz typischen Lower VPP Link Hinterbau. Und es wurde aber im Vergleich zum Vorgänger in zahlreichen Details verbessert und überarbeitet. Beispielsweise ist jetzt die Steifigkeit jedes Rahmens von Größe zu Größe spezifisch. Der Hinterbau wächst mit jeder Größe mit. Und auch ein sehr, sehr wichtiges Feature ist der Kofferraum im Unterrohr, den es jetzt bei Santa Cruz gibt. Santa Cruz nennt das Glovebox, was ein ziemlich cooler Name ist. Dazu wird es mit Wallet und Purse, also so einem kleinen Taschensystem, ausgeliefert. Es ist ein sehr, sehr durchdachtes Bike. Wer eher auf kleinen Hinterräder steht, auch im Enduro-Bereich, sollte sich eher das neue Nomad anschauen. Das hat Santa Cruz ebenfalls in diesem Jahr neu rausgebracht. Ähnliche Features wie das Megatower, aber eben mit kleinerem Hinterrad, 27,5 Zoll hinten. Ansonsten konnte auch das Nomad bei uns im Test wirklich sehr überzeugen. Ihr habt da also die Wahl. Negatower, komplett 29 Zoll, Nomad als Mollet-Aufbau. Da solltet ihr am besten einfach mal in unsere Tests reinschauen. Wir haben es eben bei den Trailbikes schon kurz angeschnitten und ein Highlight für uns in 2022 ist das neue Merida 160. Merida ist jetzt zugegebenermaßen nicht unbedingt die erste Firma, die einem in den Sinn kommt, wenn man von Trail- oder Enduro-Bikes spricht. Aber das neue Räder 160 und auch das 140, die haben es ganz schön in sich. Ich erwähne die beiden Räder zusammen, weil es im Prinzip die identischen Rahmen sind, die aber unterschiedliche Dämpfer haben, dadurch unterschiedliche Federwege und leicht unterschiedliche Geometrien. Das Merida 160 hat 170 mm Federweg vorne und 162 mm am Heck als 29er beziehungsweise sogar 171 mm mit 27,5 Zoll Hinterrad. Als Mollet-Bike kommt es in den Größen S und M. Alles hat Größe L, ist dann komplett 29 Zoll. Und auch ansonsten deckt Merida so ziemlich jedes Feature mit dem 160 ab, was man sich einem modernen Enduro wünscht. Es hat komplett innen verlegte Züge. Es hat eine sehr, sehr moderne, progressive Geometrie. Es ist mit Coildämpfern kompatibel. Es hat ein System mit integriertem Werkzeug am Rahmen. Es hat einen kleinen integrierten Fitlock-Flaschenhalter. Also da ist echt so alles dran, was man eigentlich an einem Enduro braucht. Es hat einen sehr, sehr steilen Sitzwinkel mit einer hauseigenen Sattelstütze. Es konnte uns gerade so in technischen Anstiegen total überzeugen mit dem steilen Sitzwinkel, weil halt wirklich so die Druckverteilung sehr gut ist. Man sitzt sehr schön aufrecht, sehr zentral. Und auch bergab ist das neue Merida 160 eine ganz schöne Wucht. Wir testen das Rad gerade, da dürft ihr euch demnächst auf einen Test freuen. Last but not least darf das neue Canyon Strife CFR in der Auflistung der besten Enduro Racebikes 2022 nicht fehlen. Es war ja auch unter anderem durch Jack Moyer sehr, sehr erfolgreich in der Enduro World Series. Es sieht so aus wie das gewohnte Strife, aber es hat sich in einigen Details sehr viel verändert. Es hat jetzt 160 Millimeter Federweg am Heck, 170 Millimeter vorne und eine sehr, sehr progressive abfahrtslastige Geometrie. Der Lenkwinkel liegt bei 63 Grad, der Reach in Größe L bei über 500 Millimeter. Es ist echt ein ganz schönes Schiff, aber es hat immer noch den gewohnten Shapeshifter mit an Bord. Also so einen kleinen Schalter, den kann man vom Lenker aus umlegen. Dadurch reduziert sich der Federweg am Heck auf 140 Millimeter. Das Tretlager wandert ein bisschen hoch, der Lenkwinkel wird steiler, der Sitzwinkel wird steiler und der Anti-Squad wird erhöht. Das heißt, dadurch pedaliert sich das Drive einfach viel, viel besser. Ist perfekt für den Abhehl geeignet oder auch für etwas flachere Trails mit vielen Gegenanstiegen. Was ebenfalls ziemlich cool ist, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, weil für die Top-Version vom Strife CFR zahlt man ein bisschen über 6.000 Euro. Bei anderen Herstellern, wir kennen die Preise leider, würde man da wahrscheinlich einen fünfstelligen Betrag zahlen. Uns hat das neue Canyon Strife CFR im ersten Test den finalen Ligure ganz schön begeistert. Man kann auf dem Rad richtig gut bergab ballern, aber auch bergauf macht es eine gute Figur und wir sind jetzt schon sehr sehr gespannt, wie sich das Strife CFR in unserem nächsten Enduro-Vergleichstest gegen die Konkurrenz schlägt. Weitere Enduro-Bikes, die wir an der Stelle erwähnen wollen, sind das neue Giant Rain. Es wurde jetzt vor kurzem vorgestellt, gibt es als Alu- oder Carbon-Version. Geometrie wurde überarbeitet, die Kinematik wurde überarbeitet und es hat jetzt neuerdings auch einen Kofferraum im Unterrohr. Wir konnten es leider noch nicht fahren, deswegen kann ich jetzt hier an der Stelle noch nicht so viel dazu sagen, aber wir kümmern uns darum, dass wir so schnell wie möglich einen Test nachholen. Ebenfalls ziemlich interessant ist das Intense Tracer 279. Das ist ein ziemlich schicker Enduro-Bolide von der kleinen kalifornischen Kultschmiede und genauso edel und exklusiv geht es beim We Are One Arrival 170 zur Sache. Ist eine kleine Marke aus Kanada, die Carbon-Räder macht und die hat sich innerhalb kürzester Zeit schon eine sehr sehr große Fan-Basis erarbeitet. Wer eher auf Räder aus Deutschland steht, der sollte einen Blick auf das Nikolai Nucleon 16 werfen. Das gibt es mit diesem speziellen Supradrive-Antrieb, wo so eine Art Schaltwerk in den Rahmen integriert ist, dadurch komplett geschützt ist. Ist eine sehr spezielle interessante Diskussion. Das Nucleon 16 hat außerdem eine Kettenumlenkung mit hohem Drehpunkt, sehr sehr moderne Geometrie, abgefahrene Optik, also ist definitiv ein Hingucker und gerade so für Fans von ungewöhnlichen Bikes aus Deutschland sicherlich eine sehr spannende Wahl. Zum Abschluss des Videos werfen wir jetzt noch einen Blick auf ein Downhill-Rad, nämlich das neue Comersal Supreme DH V5. Das hat man im Downhill World Cup jetzt schon einige Zeit gesehen. Unter anderem hat Amaury Pierron das ein oder andere Rennen auf dem Supreme V5 gewonnen, Camille Balanche hat die Gesamtwertung auf dem Rad gewonnen und nach langer Entwicklungszeit ist es jetzt endlich fertig. Ihr könnt es 2023 kaufen. Comersal setzt sich auf einen Sechsgelenker-Hinterbau mit hohem Drehpunkt und Kettenumlenkung. Ist ein für Comersal sehr ungewöhnliches, sehr komplexes System, aber meiner Meinung nach ziemlich gelungen und der Erfolg gibt dem Rad definitiv recht. Die Kettenumlenkung bzw. der Drehpunkt fällt nicht ganz so extrem hoch aus wie beim bisherigen Supreme. Und ja, wie gesagt, im Downhill World Cup haben Amaury Pierron und Co. schon bewiesen, dass das Rad richtig schnell ist. 2023 ist es jetzt endlich erhältlich. Für was es bei den Franzosen leider nicht ganz gereicht hat, ist der Weltmeistertitel. Da hatte Loic Bruni, wie bekannt, die Nase vorne. Der testet jetzt gerade schon fleißig ein neues Demo. Das hat man im World Cup auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Das heißt, da denke ich, werden wir nächstes Jahr im Downhill-Bereich die ein oder andere spannende Neuerung entdecken. Das waren unsere Bike-Highlights des abgelaufenen Jahres. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn irgendein Rat nicht dabei war, was eurer Meinung nach unbedingt noch in diese Liste sollte, dann postet es einfach unten in die Kommentare. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Ansonsten abonniert unseren Kanal, damit ihr keines unserer Videos verpasst und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.